Hallo, für uns als SPD ist es richtig wichtig, dass gute Arbeit gut bezahlt wird. Und deswegen haben wir eine Initiative gestartet, dass Paketzustellerinnen und Paketzusteller ordentlich bezahlt werden. Viele Unternehmen, die Pakete ausliefern, beauftragen Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen und am Ende verdienen die Leute nicht genug Geld und kämpfen sich die Treppen hoch, wie ich das bei mir im Wedding immer sehe, mit dicken Paketen. Zunehmend wird mehr bestellt mit Paketen und deswegen müssen alle, die da beteiligt sind und vor allem die, die ganz am Ende das Paket bringen, gut bezahlt werden. Also eine klare, wichtige Initiative der SPD, mehr und gerechte Entlohnung für Paketzusteller und vor allem eine Haftung aller Unternehmen, die damit viel Geld verdienen. Vielen Dank.